Guten Morgen Der fährt ja, das ist ja unglaublich, der hat da seinen Führerschein gewonnen, aber hallo, 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 morgen Tische rizado Tische �� essence Tische 4 Sven Sie fahren aber schlecht. Die Fahrschule ist ja nichts dagegen. Sie können mal ein bisschen ruhiger fahren. Halt es jetzt hier an, der wird kotzübel, der ist ja widerlich. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann, Mann, Mann! Wo haben Sie denn fahren gelernt? Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. Guten Morgen! Hallo! Hallo! Guten Morgen! Hallo! Hallo! Guten Tag! Morgen! Guten Morgen! Boah, es ist geil hier! Wie im Kühlschrank! Hallo! Wie im Kühlschrank! Morgen! Wie im Kühlschrank! Wir haben hier mal ein bisschen Wohlöffnung. Morgen. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Was ist immer vernünftig hier? Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen oder was? Gernotel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020